Willkommen zu LUXCAM TV. Heute spielen wir Sims 4 mit PETA. PETA! Ja, also erklär uns, was das denn ist. Das soll ich jetzt wirklich erklären. Das ist so eine Lebenssimulation, die das Leben überhaupt nicht simuliert. Ja, also es ist eine ganze Serie, Sims... Serie. Serie, sorry. Von Sims. Also das erste Sims, sozusagen, bis zu Sims 4. Ja, dann ist das hier jetzt die Staffel 4. Sollen wir loslegen? Ja. Ja. Gut, neue Familie? Mhm. Ja, klar. So, mit was fangen wir an? Ey, der ist schon nötig genug, oder? Space Invaders? Ich will den gar nicht so richtig um, meine... Die Schuhe passen, meine. Ja, das sind so... Die Schuhe sind... Oh, my bunnies! Das passt doch eher. Das sind schon schönere Schuhe, ja. Man hat natürlich voll die... Definitiv... Ja, die Gaming-Cowboy. Ey! Dicke Beine, dünne Beine... Äh, lol. Ähm... Machen wir einen Hipster? Er sieht eigentlich... Er sieht eigentlich... How to make a Hipster? Er schaut eigentlich schon sehr hipsterlich aus. Guck, die können wir nur einen Kurs, das verstehe ich nicht. Aber man, die machen wir die grün, ich mag grün, grün, schön. Der schaut zwar recht gut aus. Was kann man denn noch machen? Im Gesicht oder so, oder? Das kann man machen! Oh! That ass! That ass! Oh Gott! Richtig margesichtig! Ja, das... das ginge auch. Oh Gott! Einfach so ein Strich in der Landschaft. Oh! Man muss... Moops! Moops! Oh ja, komm! Einfach so, so Zeichen-Prick ähnlich, so fette Unterärme und irgendeine Oberärme. It's fapping time! It's fapping time! Was? Ehrlich, jetzt! Warte! Die Arme kann man unterschiedlich groß machen. Nein! Doch! Nein! Guck mal! Geht auf beiden! Er braucht unbedingt... Warte, er hat schon eine Brille. Nee, die Haare gehen mal nicht. Warte mal! Irgendwas Skrillex-artiges. Ist das Skrillex genug? Ist das Skrillex? Nein! Ist das Skrillex? Ist das Skrillex? Boah, ist das langweilig! Nein! Nein! Besser? Machen wir mal Heisenberg! Machen wir mal Heisenberg! I am the one who knocks! Kronk! Kronk! Mh lol! Kronk! Niemand mag Kronk! Kronk ist doof! Kronk, du! Kronk! 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 auch er das ist schon besser das ist besser ein kleiner Mund das ist ein kleiner Mund mach mal ein bisschen Hallo so darf man das Wort mit N benutzen? was? N, das Wort mit N äh, ja eigentlich schon, ja also darf ich Nabe sagen? ja, das geht schon Nabe ist immer gut, Make-up Make-up ist auch gut äh, ja, Arbeitsbekleidung rosa Hemm? äh, nee Abendkleidung wirkt sich die Kleidung auch auf die Arbeit aus? nö das wäre cool aber das nenne ich mal eine Abendbekleidung hm, das ist äh, hä? pfff alles ist möglich Toyota alles ist möglich es sind doch keine Anzüge oh ja was habe ich hier gemacht? sieht doch schon besser aus äh, nee Sportbekleidung oh, das sieht besser aus ne, Shorts nicht lange Jogginghosen ähm wie sieht das denn aus? scheiße naja, das passt mir schon so, jetzt kommen wir zu dem kompliziertesten was will er erreichen? reich werden, oder? Herrenhausbaron oder herrlich reich? äh, oh äh, ein Herrenhaus hm, Lifestyle hm, Lifestyle ist er ein Bro oder ist er ein Chaot? Chaot, irgendwie oder ist er materialistisch? äh, ja bei mir? na geht net wir haben nur noch eins zur Auswahl hm mach mal Chaot ja so äh jetzt brauch ja nur noch einen Namen ähm pfff der Fliesentischbesitzerrat ist empört nein, äh was? Joss äh bach nee, äh wie wärs mit äh äh Karel Der dritte. Longus. Caralongus. Caralongus. Ja. Wir können ein Genetik-Experiment starten. Sollen wir ein Kind nachher noch zeigen? Wir waren irgendwie gar nicht schön in dem Game. Ich weiß auch nicht warum. Arginal. Arginal. Vangini Makosa. Vangini Makosa. Ist das... Ist das so? You got this shit. So. Caralongus. Das ist ne Oma oder was? Das ist Opa. Das ist Opa Neu, das ist Opa Alt. Das ist Opa Jung. Und dann so dünne Arme, das geht doch gar nicht. Äh. Sie hat ne Männerstimme. Ja, ein bisschen schon. Woher willst du das wissen? Du hörst doch gar nichts. Ey, du hast Kopfhörer an. Bastard. Ja. Was? Komm, wir machen die einfach fett. Wiese. Ne? Warum nicht? Es ist immer sehr witzig in Sims, entweder extrem fette Leute zu machen oder extrem dünne Leute. Und dann ist es noch witziger, wenn die beiden Kinder machen... Na, wir kombinieren die jetzt beide. Oh, oh. Oh, ja. Große Füße. Das mag unser Carl doch. Der Carl, der Carl steht drauf. Oh, ja. Steht auf... Auf... Sachen. Hängebrüste. Äh, sag was. Äh, dat. Äh, Ente. Äh, nein. Was ist der... Oh, kennen wir doch. Was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Äh. Äh, wollen sie mich verarschen oder was? Oh, ja. Die, die Jüngeren kennen das wahrscheinlich. Nein? Äh. Warum, warum denn? Das ist eigentlich schon recht neu. Sieht. Wie machen wir das hässlich? Weil wir machen ja im Bad. Oh, Details. Da, Pickel. Da, Pickel. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Und das Ding. Ups. Mama, wie... Okay, wie macht man Frau hässlich? Ja, die meint sich dann jetzt so voll cool und so. Hehehe. Ah, was ist das denn für ein Stück Kacke? Das ist keine Kacke, das ist die Frau von Karl. Oh mein Gott. Hehehe. Oh nein. Hehehe. Oh nein. Warum? Warum? Warum nicht? Ja. Das ist auch eine Frage. Das ist die beste Frage von allen Fragen. Oberlippe zurück, Unterlippe raus. Okay, das ist ein bisschen zu viel. So. Hat doch ein bisschen... Irgendwie... Das kann doch gar nicht gut sein. Augen voll tief rein. Augenbrauen... Äh... Stören. Noch weiter nach vorne. Oh Steinzeit, Mensch. Hehehe. Hm. Das schaut mir irgendwie nicht sehr... Oh. So dick schaut's ja... Hehehe. Da wird ja alles dick. Hehehe. 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 Da haben wir nicht mehr viel zu ändern. So. Also. Da kann man nicht mehr viel... Ihre... Sie essen. Das ist ihr bestreben. Nicht Meisterkoch werden. Ja doch, komm Meisterkoch. Die will nur Futter. So. Und... Äh... Vielfraß. Vollpatschig. Oh no no. Und natürlich gemein. Gar nicht stereotypisch, ne? Wie soll sie heißen? Angélique. Und... Das ist irgendwie so ein Name, wenn du ihn hörst und du siehst die Person... Angélique. Mit einem... Angelique. Oh. Das ist so ein Name, wenn du ihn hörst... Sollen wir jetzt ein Genexperiment starten oder sollen wir die erstmal ein bisschen Spaß haben lassen? Oh. Why not Spaß? Komm, die haben sich grad kennengelernt, haben eine eigene Wohnung. Leg mal los. Dongus. Äh, warte mal. Wir müssen erst... Eine Verbindung zwischen beiden herstellen. Oh ja, man kann ja noch mehr machen. Denn... Ah. Haha. Warte. Oh doch, da ist schon ein bisschen weg. Ich dachte, wir alles ficken. Was? Ist das die Stimme oder was? Ist doch besser, ne? Standard Gangart. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Femininer Gang. Ja. Ja. Sowas. Oh sowas. Oh sowas. Das ist perfekt. Ja. Foto? Ja. 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 So. Schauen diese Leute gut aus. Okay. Warte mal. Ich will jetzt nochmal kontrollieren. Ehefrau. Ja. Richtig. Okay. Und los geht's. Blumen werden gedüngen. Wohin soll man? Super. Hm. Was kann man nehmen? Alles das, wo doch kein Prismador vor ist. Okay. Hm. Fuck das. Das Ding da. Nein, kann man nicht leisten. Wir haben 22.000 Simions. Nur. Hier ist am billigsten. Aber das ist gar nichts. Ja, das muss man selber bauen. Aber es gibt so viele coole Tools zum Bauen. Das kann ich dann auch zeigen. Okay, dann machen wir das. Ja, mal rein.